Musik Kirmesvergnügen pur steht am kommenden Wochenende in Moorbach auf dem Programm. Die St. Anna Kirmes wird wieder tausende Besucher anlocken. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Und Ortsvorsteher Georg Schuh freut sich bereits auf das Ereignis. Die Moorbache St. Anna Kirmes ist mit Sicherheit für den Ort Moorbach das bedeutendste für den Jahr, weil es auch ein Volksfest ist, das über die Region, über die Grenzen der Gemeinde Moorbach hinausgeht und jedes Jahr tausende von Menschen hier nach Moorbach zieht. Und es ist sicherlich auch eines der beliebtesten Volksfeste, weil es auch die Schausteller bestätigen, dass es auch eines der Feste ist mit dem schönsten Flair, mit dem besten Charakter. Mit von der Partie ist auch Schausteller Erich Spangenberger mit seinem Musikexpress. Sein fünfköpfiges Aufbauteam schlägt am Busbahnhof die Zelte auf. Mit 40 Tonnen Gewicht bietet die Berg- und Talbahn auf 18 Metern Durchmesser ein buntes Fahrvergnügen. Bevor die Fahrt losgeht, liegen eineinhalb Tage harte Arbeit vor dem Aufbauteam. Immer mehr Teile werden am Musikexpress 3000 angebracht. Angehoben von Elektromotoren und Drahtseilen wächst das Dach in Zentimeterschritten in die Höhe. Die Laufschienen werden eingelegt, danach die Räder und Achsen eingehängt. Das ist der Mittelbauwagen, der wird genau im Blei gestellt. Der muss ganz gerade sein und diese Konstruktion, diese Sohle-Konstruktion muss genau im Blei liegen, damit das Kamusell nicht aus der Spur läuft. Und wenn wir jetzt höher fahren, dann werden diese Böffel gespürt und das ist etwas klein und groß und das ergibt sich in der Berg- und Talbahn. Erst zum Schluss kommen die Schäsen drauf. Die Wagen, in denen die Kirmesgäste ihr Fahrvergnügen haben. Dekoration, große Bilder und viele bunte Lampen lassen dieses Fahrgeschäft nach Einbruch der Dämmerung zu einem bunten Erlebnis werden.